dienstag der 6 september 2022 mal wieder ein kurzes unterwegs video wieder mal aus dem terminal 21 dort der dolphin brunnen dolphin circle mit dem bläulichen springbrunnen wasser die skyline der hotels mit dem space und weshalb ich das in die markt das ist nämlich der flieger hier vom terminal der nicht mehr nackt weiß ist sondern plötzlich eine werbung drauf hat von dimitri vegas at like me show your love and vote was immer das auch bedeutet ihr könnt selber googeln oder mal schauen was es damit auf sich hat ich weiß es im moment noch nicht ob es irgendwie ein sponsor vom terminal ist oder was das ist also neue dekoration oder bemalung am terminal flieger und natürlich von hier oben dieser herrliche blick den man sich einfach geben muss wenn man mal hier ist und falls es so manch einen interessiert ich weiß es gab da einfach mal bei manchen voren fragen hier gab es ja mal ein resort hier gegenüber direkt in der kurve zum beach runter ich weiß gar nicht mehr richtig wie der name war aber jetzt ist ja alles eingezäunt und ja dieses runde gebäude da sieht schon ein bisschen nach abriss aus zumindest ist ja schon kein dach mehr drauf irgendwann wird diese ecke total abgerissen denke ich mal und dann lass uns überraschen was da entsteht vielleicht ein hotel da fehlen ja noch so einige denke ich ja das war es kurz von mir heute am dienstag vom terminal 21 hier mit dem schicken flieger bei bei